Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der deutsche Botschafter von Ungern-Sternberg hat vor dem UN-Menschenrechtsrat iranische Verstöße angeprangert. Zu verurteilen seien Folter, Unterdrückung und Gewalt gegen Oppositionelle sagte er während der 45. regulären Sitzung des Gremiums in Genf. Die Menschenrechtsverletzungen im Iran seien besorgniserregend. Der Diplomat sprach im Namen von 46 weiteren Ländern, zu denen auch Österreich, die Schweiz und Israel zählen. Palästinenser haben am Montag in Ramallah an den Ausbruch der sogenannten Zweiten Intifada vor 20 Jahren erinnert. Sie ist auch als Al-Aqsa-Intifada bekannt. In den fünf Jahren nach dem Herbst 2000 starben bei Terroranschlägen nach Angaben der Armee 1064 Israelis. An der Kundgebung zum Jahrestag nahmen mehrere palästinensische Gruppen teil. Bei einem Marsch durch die Straßen waren Schilder zu sehen, die zu einer Fortführung der Intifada aufrufen, bis die israelische Besatzung beendet sei. In Petar Tikva haben Naturexperten Termiten der zerstörerischen Gattung Formosa entdeckt. Das gab das israelische Umweltministerium bekannt. Bislang hat es kein Land geschafft, sich effektiv vor diesen Tieren zu schützen. Die Formosa-Termiten gelten als die aggressivste der rund 2000 Arten. Sie fressen sich durch alle Zellulose-Stoffe, also etwa Holz, Pappe oder Tapete. Auch Kupfer und Blei sind vor ihnen nicht sicher. Umweltministerin Gamliel hat lokale Behörden angewiesen, nach den Termiten Ausschau zu halten und Vorkommnisse zu melden. In Tel Aviv sollen Elektrobusse zukünftig beim Fahren aufgeladen werden. Dafür wurde ein 600 Meter langes Teilstück einer Straße nahe der Universität mit elektronischer Infrastruktur ausgestattet. Diese Technik unter der Asphaltdecke ermöglicht es, speziell ausgestatteten Linienbussen ihre Batterien während der Fahrt aufzuladen. Wenn das Pilotprojekt erfolgreich ist, soll es auf andere Orte der Stadt erweitert werden. Das neue Verhältnis zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wirkt sich auch auf den Sport aus. Der israelische Fußballer Dia Sabah nutzt die neuen Möglichkeiten und wechselt zu Al-Nasser SC. Das gab der Club aus Dubai am Sonntag bekannt. Sabah wird damit der erste israelische Fußballer in einer arabischen Profiliga. Der 27-Jährige stammt aus einer muslimisch-arabischen Familie und wuchs in Nordisrael auf. 2018 trat der Mittelfeldspieler erstmals für die israelische Nationalmannschaft an. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.